Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Liebes Zauber, 16. September 2017 Ein herzes Mann oder eine herzes Dame kann ich nicht herzaubern, aber ich erkenne die richtigen Momente im Leben, im richtigen Ort zu sein, auch die Hindernisse. Und auch wie man diese Hindernisse überwindet, kann ich Ihnen auch helfen. Es gibt ein Energiefeld für die Liebe und dieser Energiefeld befindet sich in der Kreiszeiten Widder. Und das beschreibt eine gewisse Wandlung, Veränderung in Liebe, Partnerschaft. Entweder verbessert sich etwas in bestehender Partnerschaft oder gute Chancen, jemand gerade kennenlernen. Außerdem kommt ein guter Einfluss von Mond und das beeinflusst unseren Gefühlen. Das ist auch eine schöne Energie. Und auch vom Planet Venus hat auch mit Liebe Partnerschaft was zu tun. Und da verbindet sich zwei Tierkreiszeiten Widder und Löwe und die Verbindung ist schön und harmonisch. Es gibt keine Hindernisse gerade. Wer jemand wissen möchte, wie das persönlich ausschaut in Liebe Partnerschaft, das sollten wir vielleicht maßgeschnitten anfertigen und dabei kann ich Ihnen helfen. Ich benötige dazu die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und wenn das in einer Partnerschaft handelt, das kann man auch vergleichen. Dann brauche ich auch die Daten von Partner oder Partnerin. Unten bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.